Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist mit dem Trainerpreis des deutschen Fußballs geehrt worden. Der 47-Jährige wurde am Mittwoch im Rahmen der Abschlussveranstaltung des 59. Fußballlehrerlehrgangs in Bonn ausgezeichnet. Streich hatte Ende 2011 den Cheftrainerposten in Freiburg übernommen und die Breisgauer vor dem Abstieg gerettet. In der laufenden Saison hat Streichs Mannschaft acht Spiele vor Saisonschluss sogar noch Chancen auf die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020